Hey Leute, was geht? Ey, lass mal was gucken. Nico, lass mal gucken, wie tief das hier in der Mitte ist. Äh, da will ich euch nicht empfehlen, reinzugehen. Hey, wir wollen ja nicht rein, wir können nicht kusfen. Nein. Junge, Nico, in der Mitte der Tiefe, Junge, bist du hier rein, Junge? Du musst ihn, weil ich darf. Das ist sehr gefährlich. Auf einmal fällt mir so ein Tablet rein im Wasser. Tschüss, Tablet. Äh, hier ist schon mal passiert sowas, hier ist wieder ein Feind. Hier sieht man es. Tschüss. Ja, richtiger Schall. Du hast heute super rausgerutscht, Junge. Das ist cool. Du bist so, guck. Du bist so. Aber das ist schon, Leute. Neues hier. Ich bin voll auf die Fresse geflogen. Selbstmord. Ist das ein Eifel? Nein. Nein. Mein Samsung. Nein. Samsung. Was ist denn hier? Ich habe zwei. Aber der eine ist von Schule. Ne, das habe ich selber gekauft. Warte mal. Ja. Bis gleich, Leute. Lass mal hier hingehen. Also, weiter geht's. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier in den Keller. Ich bin hier in den Keller. Und das hier ist meine Mutter. Ich bin hier in den Mutter. Ahh. Ich bin hier in meine Gelaufte. Eine. Ich möchte gleich ein Video machen, aber dann musst du ja leise sein. Ich mach selber jetzt gerade ein Video für YouTube. Juhi, geh, aber na komm, du musst da jetzt mal runterkommen, Junge. Für YouTube wieder. Ja. Ich hab 16 Abonnenten und 8600 Views auf einem YouTube-Video. Auf einem TikTok-Video? Nein! Nein! Ach, guck mal, lieber. Leute, ich wünsche dir Spaß. Viel Spaß! Oh! Das ist doch... Das ist ne Trichter-Netzspinne. Dungel-Eckentiebe. Was? Das ist ne Trichter-Netzspinne. Ach, was jetzt? Ist sie auf die Falle? Nö. Von der wird... Ah, da ist sie. Da, in die Mitte. Da. Ja. Ja, kenn ich dir. Da bist du wo da. Ey, ich hab ne Idee, wie wir hier andersrum gehen. Blau! Kommt hier! Komm mit! Digga, ich glaube, das ist der Dummste. Die Sau. Leute, ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich würde mich gerne freuen, wenn ihr mich liken und abonniert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschau, Leute!